Musik Auf die Rathausuhr genau vor 1050 Jahren wurde Zeitz auf der Synode von Ravenna urkundlich zum ersten Mal erwähnt. Dies soll in diesem Jahr gefeiert werden. Seit dem 1. April können die Tickets für die Festwoche vom 5. bis 11. Juni erworben werden. Schon zwei Tage zuvor erstand Jens Scheer die ersten Karten zum Stückpreis von 1050 Cent. Weil ich einfach mal ein Statement setzen möchte für die Stadt Zeitz, weil mir das auch ganz wichtig ist, auch für meine Mitarbeiter. Ich habe sechs Stück an der Zahl bei mir im Hotel und ich bin einfach der Meinung, dass man mit diesem Beitrag die Stadt und die Würdigung bzw. auch die Sachen, die die Stadt für diese Veranstaltung oder für diese 1050 Jahre in Szene setzt, dass man die als Zeitzer bzw. immer wieder unterstützen sollte. Ich werde die ein oder andere Veranstaltung wahrnehmen, solange es meine Zeit erlaubt und ich mich nicht um meine Gäste, die ich im Haus habe, kümmern muss. Aber mir geht es vor allem um die Mitarbeiter. Aber sicher werde ich auch den ein oder anderen freien Punkt mal finden, um da die ein oder andere Veranstaltung auf dem Neumarkt, auf dem Altmarkt oder im Goethe-Park wahrzunehmen. Ich bin jetzt beruflich seit kurz über fünf Jahren in Zeitz und engagiere mich doch eine ganze Menge, weil ich mein Hotel hier in Zeitz betreibe. Und ich bin halt der Meinung, dass man da auch Regionalpatriotismus betreiben sollte und auch muss. Und Zeitz hat sehr viele schöne Dinge, die man auch sehen kann. Und unsere Gäste bestätigen mir das auch tagtäglich wieder, die diese Dinge von Zeitz sehr, sehr positiv sind, auch die Entwicklung in den letzten 20 Jahren. Und das möchte ich mit dieser Aktion eigentlich unterstützen. Alle Details zur Festwoche und darüber hinaus erhalten Sie unter www.1050jahrezeitz.de und an allen Informationsständen und Informationseinrichtungen. Vielen Dank.